hello again hallo und herzlich willkommen weitere folge des mit dem mark beim grasse einfahren zumindest das letzte war von hier hinten und dann machen wir am hof noch die luzerne und das gras jetzt ist auch weg und ich hoffe jetzt läuft das ich meine mit dem mister das gerade funktioniert den kompass da ich hoffe das läuft jetzt mit dem häcksel gut ganz gut dass das auch automatisch funktioniert kann das auch befüllen da müsste vielleicht nur noch mal gucken dass sie vielleicht aus der sila aus dem fermenter vielleicht noch die silage rausfahren in die produktion oder in die dinge ins lager wieviel platz dass jetzt vielleicht den dezember schnell durchkriegen januar februar und dann weiterhin märz starten beziehungsweise dann wenn wir sowieso meist liegen meist liegen müssen wahrscheinlich arbeit beendet z ach die raupe die presserien pressen die ballen dürfen auch nicht vergessen das gibt auch noch mal einen guten guten geld siegen reicht weg hier und wir denke ich mal noch dünger drauf und kalt denke ich mal gucken vor kurzem noch vielleicht nur dünner und kalt müssen gucken kalt 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 Joe kalt kalt Lassen mich Montag noch frei. Lassen mich Pfingst Montag. Das ist eigentlich ganz schön. Und darauf die Woche ist dann Frohn Leichnam sogar schon. Da ist dann auch wieder ein Tag frei. Und ich habe ein langes Wochenende. Weil ich Freitag auch Arsch zu Hause bleibe. Dafür arbeite ich nämlich dann morgen. Und dafür bleibe ich dann an dem Tag halt zu Hause. Nach Frohn Leichnam. Habe ich so beschlossen. Wenn alle anderen jetzt Urlaub machen, dann kann ich dann da zu Hause bleiben. Müssen wir gleich einmal in die Produktion reingucken. Weil ich finde den Kompostmast immer so ein bisschen schön als Resteverwertung. Auf der notfrischen Marsch. So wie jetzt das Graskanne rein. Dann ist das weg, das ganze Zeug. So. Auch Gras ist so gut wie voll. Da können wir noch ein bisschen was einlagern, denke ich. Diesel ist voll. Luzerne brauchen wir auch nicht so viel. Strohs voll. Mist. Na gut. Und Hackt Hexel gut kommt noch. Oh, die kommen jetzt da gleich sogar zu zweit. Das ist natürlich jetzt wieder semi-professionell. Da müssen wir hier mal ganz kurz eben einen stoppen. Dass der eine in Ruhe arbeiten kann. Sonst geht das doch ganz gut voll in die Hose, denke ich. Da haben wir hier ganz kurz stehen. Da kommen wir uns das auch angucken. Aber wenn der nämlich weg ist, dann kann der nämlich dahin. Ist der komplett voll? Ja, der hat nochmal Nachschub geholt. Der war nochmal unten. Wir können eigentlich erst den piropisch schon mal hier zur... Aber zack. Hofparkplatz. Drei machen wir jetzt. Weil der Dings braucht noch ein paar Minuten, denke ich. Also, wenn der schon wieder zurückkommt. Der Letten Milch. Oh, der kommt auch gut voran. Der hat Warnblinker an. Ist ja voll schier. Ja, guck mal, jetzt schiebt er hoch genug. Das ist ja perfekt. Ich will missbraucht er denn pro Monat. Taschenrechner. 2000 mal 24. Da brauchen wir nur 48 Tonnen. Das ist ja wohl. Ja, geht. Da können wir jetzt weiterfahren. Tschuld. Aber wenn wir noch die Lehmmittel hier schon rumstehen. Da vorne eigentlich an der links. Und dann haben wir alles leer gemacht. Ne, dann haben wir alles leer gemacht. Okay. Dann nicht. Und dann haben wir alles leer gemacht. Kommt aber auch gut was runter. Können wir uns echt nicht beklagen. Dann haben wir nocht. Ja. Von oben fahren geht aber noch am besten. Bevor ich jetzt gleich vom Server runtergebe, weil ich gleich noch was anderes mache, bevor wir, bevor ich Oski noch ein bisschen weiter mache, muss ich mir eben kurz was gucken. Hat die Premium brauchen, ne? Die kostet noch 20k, das ist ja nix. Ich dachte, die wird teurer, 20k. Ist ja voll günstig. Ich hätte jetzt schon 40k hätte ich wohl schon gedacht, so aus dem Gedächtnis, so gekommen. Das soll wohl 40k kosten. Ich habe hier auch völlig schön rundungen gedreht. Klappt natürlich sehr gut. Reicht. Ah, die holen noch geschnitzelt ab. Hat ja auch beide so gut in Kolonne fahren, muss man ja echt mal lassen. Ja. Ja. Halt! Lass den mal weiter fahren. Lass den mal weiter fahren. Okay. Fementer. Okay. 100k dabei jeden Monat. Geht auch noch. Keine Frage. Okay. 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 Da kommt die Raupe. Dann hat er genug Zeit da dem abzukippen. Weil er soll nämlich schon mal der Silo da raus fahren und hier rein fahren. Dann ist das schon mal fertig. Weil da oben fährt die Dings noch ein, zwei mal hin und dann ist gut. Kann man gucken, die Flagschnitzel sind aber auch noch drin. Soviel wird dazu auch nicht mehr drin sein, glaube ich. Der Knopf, der knackt fast auch die 100 Stunden auf. Wahnsinn. Zwei Kippern 141.000. Dann ist es fertig. Wie viel Gras geht denn hier noch rein? Nicht mehr viel. 13k. Wir wissen auch, ob wir den Rest auch über ins Lager fahren können. Das ist nämlich auffällig. Kurze Reminder. Ich denke, dass wir, dass ich offscreen noch ein, zwei Stunden weitermachen werde. Dass wir zumindest das Ganze eingesammelt kriegen und vielleicht da schon mal die Hexekolonne anwerfen. Vielleicht, wenn es ganz gut läuft, zur nächsten Aufnahme. Dass wir vielleicht irgendwie schon Februar sind oder so. Mal gucken. Im Winter ist ja sowieso nicht so viel zu tun. Dass wir da dann wieder durchstarten. Ich dann jetzt ein bisschen den Winter überspiele, überspringe mit allem, was so kommt. Muss mal gucken, wie sich das mit den Tieren verhält. Vielleicht verkaufen wir ja noch welche oder nicht. Vielleicht muss ich mal gucken, ob sich ein Tiertransporter lohnt. Zum Schlachter wäre das eigentlich sowieso schon fast angebracht, hätte ich gesagt. Da müssen wir mal gucken, ob sich das rentiert, ob sich das lohnt, wie wir das umsetzen. Da schauen wir uns aber an. Falls ich den dann jetzt auch während der Zeit brauche, wo ich spule, dann werde ich mir den wahrscheinlich einfach kaufen, dann ist es fertig. Weil Überbelegung im Stall ist nicht so schön. Und solange wir den Fleischer noch nicht haben oder die Schlachter eher gesagt, nützt das mir auch nichts. Mal gucken, der ist jetzt auch relativ teuer. Ich glaube kaum, dass es sich lohnt, wenn die Engelsrinder mal richtig durchgekommen sind, der Stall voll ist, dann könnte ich mir das vorstellen, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Sonst werden wir wahrscheinlich erstmal abwarten, was so passiert damit. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Weitere Folge Ls. Bis dann, danke. Tschüss.